In meinem letzten Video habe ich davon gesprochen, wie man am besten einen Einstieg in die Selbstversorgung und an die Permakultur macht. Und das Gleiche machen wir auch heute mit der schleimfreien Heilkost bzw. in der Ernährungsumstellung, auch speziell auf die vegane und Rohkost. Schiene, weil es da auch wieder sehr viele Leute gibt, die sich übernehmen, zu sehr sich informieren, Ängste schüren und was für sich und sich einfach nur selbst behindern. Genau das Gleiche wie jetzt auch bei der Permakultur. Auch bei der schleimfreien Heilkost oder auch bei der veganen Rohkosternährung habe ich auch wieder Menschen kennenlernen dürfen, die es sowohl ein bisschen zu sehr ernst nehmen, aber auch andere wieder vollkommen locker alles irgendwie nehmen. Also auch in dem Zusammenhang locker naiv, sage ich mal. Und da auch wieder genau das Gleiche. Es gibt dann wieder die einen Leute, die beschäftigen sich dann alles Mögliche, möchten sich die ganze Theorie durchlesen, lesen sich 10, 12 Bücher durch, schauen sich Studien an und dann Parasitenkuren, was es da nicht alles gibt. Und Nahrungsergänzungsmittel und unsere Bohnen sind nicht mehr so beschaffen. Und in den ganzen Ernährungsbereich kommt es ja sowieso in einem Strudel, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Und vor allem in der Rohkosternährung, was es da alles für gibt. Gourmirohkost, dann Frutaria, Lichtnahrung und alles Mögliche. Finden die meisten dann auch nicht mehr, wo sie denn überhaupt anfangen sollen und wie sie das überhaupt in ihren Alltag integrieren möchten. Und dann gibt es dann wieder andere, die sind ein bisschen zu locker, sehen die dann auch irgendwie meinen, die kommen von einem konventionellen Essverhalten und möchten dann sofort gar nichts mehr essen. Also weder essen und trinken. Und das dann irgendwie bewerkstelligen. Und da habe ich auch mal einen kennengelernt, der hat dann so gemeint, ja, wenn es hart auf hart kommt, wenn er wirklich nichts mehr zum Essen oder zum Trinken bekommt, wenn mal so ein Blackout zum Beispiel kommt, dann macht er halt einfach diese, allah gesagt, die Lichtnahrung bzw. trockenfassen, dass er überhaupt nicht mehr isst oder trinkt. Und das halt einfach ohne Übung und einfach so mit dem Fingerschnipsen, wo ich ihm dann auch angeschaut habe. Oder beziehungsweise wo ich mir dann gedacht habe, naja, alles klar, viel Spaß damit. Also wie stelle ich denn am besten auf die vegane Rohkost um bzw. im Allgemeinen meine Ernährung? Das könnte man jetzt auch viele verschiedene Ernährungsweisen, ja, übertragen, sage ich mal. Also grundsätzlich sollte man sich halt erstmal so die, ja, die groben Sachen erstmal anschauen. Also heißt, was ist die Ernährung, was gehört dazu, was gehört dann nicht dazu, was für verschiedene WM gibt es da. Also erstmal diese ganzen Basics sich nochmal anschauen, also in Form von Büchern. Also bei der Rohkost zum Beispiel will ich Schleimfreie Heilkost von Heil und Ehre durchlesen und vielleicht auch Dr. Norman Walker mit den Säften zum Beispiel. Also ich werde euch unten mal so eine kleine Liste dann verlinken, welche Bücher man sich anschauen kann bzw. durchlesen, aber auch wieder nicht zu viele Bücher oder Videos halt anschauen. Was man sich auch durchlesen kann, ist der Blog von Antios. Da ist ja wirklich alles, bis aufs kleinste Detail runtergeschrieben, den werde ich euch auch verlinken. Also der mit seiner Erfahrung ist schon richtig Wahnsinn. Also wenn du das Video hier siehst, dann liebe Grüße. Jedenfalls, sich halt erstmal da so diese grundlegenden Sachen dann anschauen und dann auch wieder zum Beispiel der Schleimfreien Heilkost. Ich habe da auch schon mal ein Video gemacht, es nicht zu sehr überstürzen. Das heißt nicht, dass ihr jetzt einfach von 0 auf 100 in die Früchtekost reingeht oder von 0 auf 100 einfach auf die Rohkost übergeht, weil das wird in der Regel nicht so super enden. Da habe ich auch ein Video dazu gemacht, warum ihr es nicht machen soll. Das werde ich euch oben auch alles verlinken bzw. auch in der Videobeschreibung. Sondern fangt einfach mit den soliden Sachen an, weil, das habe ich auch schon gesagt, das Essen, das ist halt so eine Art wie eine Droge. Manche nutzen es halt zur Kompensation. Und wenn ihr halt auf eine Ernährungsumstellung macht und auf Sachen verzichtet und einfach komplett auf Sachen verzichtet, also ohne Ausnahmen, dann kommt ihr halt einfach in einen kalten Entzug. Und ich glaube, jeder, der mal ein richtiger Alkoholiker war oder richtig viel geraucht hat und sowas, mal einen kalten Entzug macht, der weiß ganz genau, wie man sich da scheiße auch fühlen kann. Und das ist halt auch der Grund, warum dann viele auch mit der Rohkost aufhören. Einerseits wegen diesen ganzen Entzugserscheinungen, die sich ja von Müdigkeit, Zittern, Niedergeschlagenheit, Kälte, Antriebslosigkeit ja in verschiedenen Formen darstellen, auch in Form von Entgiftung und alles Mögliche, weil die Leute nicht auf dem Schirm haben und dann wieder rückfällig werden, weil sie dann wieder zurück zu ihrer eigenen Ernährung kommen oder weil sie halt zu viel Stress haben und die ganze Umstellung nicht bewältigen können. Und von daher ist halt zu empfehlen, dass ihr langsam umstellt. Das heißt, ersetzt doch erstmal einige Produkte, ersetzt doch einfach Fleisch, vielleicht mit veganen Ersatzprodukten, auch weil ich jetzt nicht davon so viel halte, aber es gibt halt Alternativen, was man dann machen kann. Oder halt zum Beispiel Frischkäse mit Cashew-Frischkäse oder irgend so, dass man sich halt selbst diese Ersatzprodukte macht, wenn Nüsse zum Beispiel integriert und dafür das weglässt. Also so eine Art Äquivalent raussuchen, dass man halt dann jetzt zum Beispiel Milch, Hafermilch zum Beispiel nimmt oder Hanfmilch oder was weiß ich für pflanzliche Milcharten es gibt oder wie man auf Käse runterkommt, dass man sich halt dann so langsam die Sachen langsam runterkommt, dass man sich vielleicht am Anfang einen großen Salat halt jeden Tag macht und aus Wildkräutern, dass man sich zum Beispiel an diese Bitterstoffe gewöhnt, dass man sich allgemein auf das Salatessen gewöhnt, dass es auch einem schmeckt zum Beispiel. Da kann man ein bisschen Öl heranmachen, einfach, dass man diesen Übergang hat, dass die Sachen auch schmecken. Also wenn ich jetzt jemandem zum Beispiel einfach nur so eine lose Gurke gebe oder ein loses Blatt Salat, wie ich zum Beispiel das esse, meine Geschnappchen, die Knospen sind schon dran angepasst. Ich habe überhaupt gar kein Problem damit, mir schmeckt das ja. Ich bin es ja auch schon gewohnt. Für den anderen wird das Fad sein, der wird das dann nicht lange essen. Von daher kann man so ein bisschen würzen und da auch ein bisschen Öl reinmachen oder auch was ich eigentlich auch, ich nicht viel davon halte, ist zum Beispiel Knoblauch, Ingwer, Kurkum und alles Mögliche. What? Aber halt für den Übergang, wenn es halt jemandem kalt ist, dass man sich da ein bisschen pusht als Kompensationsmittel sozusagen, dass man sich da ein bisschen Wärme gibt, dass es halt im Winter ein bisschen Erträglichheit auch wird, wenn man da nicht durch die Hölle geht oder im Allgemeinen auch mit den Ölen, dass man dann langsam diesen Prozess hat, dass man aber auch irgendwann davon noch wegkommt. Das heißt, man nutzt das als Übergang, bis der Salat eben so auch schmeckt, dass man dann das Öl weglässt oder so, dass man halt schrittweise da vorangeht und dass man das langsam umstellt, dass ihr auch im Alltag damit klarkommt. Das heißt, wenn ihr dann zum Beispiel in den Rohkost seid, dann könnt ihr halt jetzt nicht mal in ein Fastfood-Restaurant oder sonst irgendwo hingehen, wo ihr einfach einen Döner bestellt und dann habt ihr euer Mittagessen. Sondern dann müsst ihr wahrscheinlich durch überlegen, wo kaufe ich das ein. Ist ja Wochenmarkt, muss ich mir das ein bisschen vorbereiten am Abend davor, Sprossen anlegen zum Beispiel. Was ja dann da, je nachdem, wie euer Alltag ist, dass ihr euch langsam integriert und euch nicht überall Gott und die Welt irgendwie informiert mit Parasiten und Sprossen und da Nahrungsergänzungsmittel und sowas, dass ihr da einfach erstmal euren soliden Alltag hinbekommt. Mit eurem Essen, mit eurer Arbeit, auch mit eurem Sozialen. Weil ich meine, ich weiß nicht, wie euer soziales Umfeld ist, ob die dann so gut drauf reagieren, wenn ihr von heute auf morgen überhaupt gar kein Fleisch, Fisch oder sonst irgendwas isst, an einem Restaurant nur Salat esst oder sowas oder gar nicht mehr da hingeht. Wenn ihr das packt vom Sozialen her, dann könnt ihr das von mir aus machen. Ich habe es zum Beispiel gemacht, das ist halt recht hart gewesen. Das ganze Gefühl ist halt so gut wie nur 99 Prozent deiner Freunde. Ob sie wirklich Freunde sind, ist jetzt eine andere Geschichte, aber kommt ihr mit dem sozialen Druck klar? Die meisten wahrscheinlich weniger. Das heißt, schaut einfach drauf, dass ihr halt einfach eurem Alltag so langsam drauf einstimmt, damit ihr nicht mehr viel nachdenken müsst, nicht mehr so viel Kraft habt, damit es auch für euch nicht mehr stressig ist, damit ihr dann weitergehen könnt. Dass ihr dann vielleicht mal in eurem Urlaub eine Woche Fasten mit einbaut und dann immer so weitergeht. Dass es vielleicht immer mehr fruchtlastiger wird, dann könnt ihr euer eigenes Obst und Gemüse anbauen. Dann könnt ihr ein bisschen rumkombinieren, Gomero kostet und dann wieder mal etwas mit Mono kostet und dass man dann das schrittweise macht. Und wichtig auch, wenn man auf die Rohkost geht oder auf die schleimfreie Heilkost. Das heißt nicht, dass ihr von heute auf morgen schleimfrei werdet. Das heißt nicht, dass ihr von heute auf morgen rohvegan werdet. Das wird nicht funktionieren, da werdet ihr richtig viele Probleme haben. Macht halt die schleimfreie Übergangskost zum Beispiel. Dass ihr halt gebackene Süßkartoffeln anstatt Kartoffeln nimmt, weil das weniger schleimbildend zum Beispiel ist. Oder dünstet euch was auch im Winter, damit ihr die Giftung ein bisschen stoppt. Und das könnt ihr halt für mehrere Jahre machen, zwei, drei, vier, fünf Jahre. Das ist hier kein Wettkampf. Jeder hat eine unterschiedliche Geschichte, macht unterschiedlich viel Sport, hat irgendwie Medikamente in dem Bereich genommen und sowas. Und dann kann es dann passieren, dass es dem einen dabei gut geht, wenn er es schneller macht. Und dem anderen geht es dann absolut scheiße, weil er halt dann sich nicht die ganzen Vorgänge zum Beispiel bewusst ist. Also da einfach gucken, macht es so lange und zwingt euch auch zum Nix. Aber bleibt natürlich auch in gewissen Teilen motiviert. Aber bleibt halt einen soliden, stetigen Aufstieg, dass ihr halt ein solides Fundament auch habt. Also das heißt, dass ihr zum Beispiel am Anfang vielleicht unter der Woche roh esst oder nur roh bis vier und dann am Abend was gekocht ist. Und am Wochenende könnt ihr dann alles essen zum Beispiel und dann wieder zum Wochenstart halt wieder komplett roh. Oder ihr macht halt nur Ausnahmen an Geburtstagen oder an Feiertagen zu Weihnachten, macht dann wieder Ausnahmen und esst halt wieder alles, weil eure Familie da ist. Wird am Anfang jetzt nicht die Welt kosten. Das ist vielleicht nicht so schlimm, aber es macht halt einfach die Anfänge wesentlich einfacher, um halt von der Kochkost immer schneller runterzukommen. Weil irgendwann wird es euch halt auch nicht mehr schmecken. Ihr habt nicht mehr das Bedürfnis danach von Käse, von Fleisch oder sowas und werdet auch die positiven Sachen von der veganen Ernährung zum Beispiel bemerken. Oder auch von der Rohkost und auch von der schleimfreien Heilkost. Das kommt dann automatisch und dann wollt ihr auch nicht mehr zurück. Aber ihr sollt euch halt nicht zu etwas zwingen, weil halt dann derjenige, der schon 15 Jahre trainiert, derjenige, der schon 15 Jahre vegane Rohkost praktiziert, der ist ja definitiv viel weiter als ihr. Hat auch andere Erfahrungen gemacht als ihr. Ihr wisst ja nicht, was seine Vorgeschichte ist. Sich mit dem zu vergleichen, macht überhaupt gar keinen Sinn. Das macht einfach nur euch traurig, depressiv und verleitet euch einfach nur, dass ihr dann wieder aufgebt. Besonders bei der schleimfreien Heilkost oder bei der veganen Rohkost ist es halt einfach wichtig, sich irgendeinen Coach oder ein Vorbild zu holen, der einen auch betreut. Dann holt euch einfach einen Coach, einen Trainer, bezahlt ihn auch, bucht es einfach, weil er hat die Erfahrung. Er kann euch dann helfen und kann euch dann auch voranbringen, wenn ihr auch in einer schwierigen Situation seid, wo ihr kurz vorm Aufgeben seid, dass er euch einfach auch mental unterstützt und sagt, hey, da war das und das Problem, hatte ich auch schon, versuch mal das und das und keine Sorge, es geht schon irgendwann wieder vorbei. Dass man diese mentale Unterstützung auch hat und jemanden, der weiß, wovon er redet, der das alles durchgemacht hat und nicht alles auf eigene Faust machen, weil man profitiert einfach von den Erfahrungen von anderen. Es ist halt schön und gut, sich halt immer von seiner eigenen Erfahrung natürlich zu machen, aber es ist halt einfach blöd, das Rad immer wieder neu zu erfinden, wenn ihr jemanden kennt, der schon die Erfahrung gemacht hat, das alles nochmal neu zu machen, anstelle ihn zu fragen, wie funktioniert das, wie komme ich da raus, was ist denn jetzt gerade los mit mir. Also von daher sucht auch einen Coach, wie zum Beispiel mich, so eine kleine Eigenwerbung. Ich habe einen Mistkerl unten in der Videobeschreibung zum Beispiel verlinkt und dass ihr halt einfach diese Sicherheit habt. Und so, in diesem Sinne möchte ich jetzt das Video auch beenden, möchte ich es nicht zu lange machen. Video liken, abonnieren, Glocke drücken und auch kommentieren für den Algorithmus. Gerne, wenn ihr mich weiter unterstützen wollt, unten in der Videobeschreibung Produkte, die ich anbiete, Saatgutlisten, eigene Produkte, die ich aus meinem Obst- und Gemüsegarten zum Beispiel mache, Merchandise-Kurse, die ich anbiete, zum Beispiel 22-Tage-Challenge in der schlammfreie Heilkost, Coachings biete ich auch an, auch Monats-Coachings oder Coachings, die ihr für drei Stunden zum Beispiel gleich buchen könnt. Die sind etwas günstiger, als wenn ihr die zum Beispiel einzeln buchen würdet. Und dann auch noch, wenn ihr mich für mich und meine Videos hier unterstützen möchtet und auch hier immer einen Mehrwert seht, könnt ihr mir auch einen freiwilligen Spendenbetrag zukommen lassen, Bankverbindungen, PayPal-Konto, Patreon, findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinne hoffe ich, dass das Video euch weitergebracht hat und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.